Er ist der berühmteste Serienkiller seit Jack the Ripper. Ich weiß, dass das fünfjährige Jubiläum bevorsteht. Ich denke, dass sich echt viele Leute darüber freuen würden, nach so langer Zeit wieder von dir zu hören. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, in der Gegenwart des absolut Bösen zu sein. Was geht einem durch den Kopf, wenn er dir so nahe ist, dass du seinen Atem auf deinem Körper spürst? Ich habe ihn heute gesehen. Wen? Bist du sicher, dass er es war? Ich konnte es spüren. Wer ist denn dieser Typ? Er hat meinem Kind Angst gemacht. Ja, er macht mir auch Angst. Hey, der Weihnachtsmann gibt uns Geschenke. Ja! Julia, no! Warum sollte er zurückkommen? Selbst wenn er noch leben würde. Würde er dann nicht versuchen, so weit wie möglich von dir wegzukommen? Es ist noch nicht vorbei. Ich muss zurück zum Terrifier. Ist es immer noch dort begraben? Dann kann nur, dass die noch aufhalten. Ich freue mich auf das beste Weihnachten aller Zeiten. Wir werden Spaß haben, viel zu schmunzeln und zu lachen. Ich freue mich auf diese beiden Seiten zur Versuchung. Vielen Dank.